Oh, wirst rein! Schhh! Schhh, leise! Mh, Herr Papst! Mh, Renno! Leise, Franz Peter! Du bist hier lauter als ein Fünfer-BMW! Ich bin müde, Herr Papst. Müssen wir unbedingt hier nachts noch rumlaufen? Klage nicht, Franz Peter! Den Gerechten schlägt keine Stunde! Ich bin aber nicht gerecht. Und ich hab Hunger. Das letzte Abendmahl war auch zu mickrig. Franz Peter Thebats van Elst! Jetzt ist aber mal gut. Du bist hier auf Bewährung und kannst froh sein, dass du nicht wie Signore Berlusconi im Altenheim gelandet bist. Und schau mich nicht mit deinen rehbraunen Bambi-Augen an. Das zählt bei mir nicht. Und sag's gefällig, eure Heiligkeit ist zu mir. Weißer dich. Schhh! Hast du dich um die Kardinäle gekümmert, wie ich's dir aufgetragen habe? Ja, eure Heiligkeit. Die hab ich in die Volkshochschule gelockt. Da sollst du einen nützlichen Computerkurs geben. Bei einem Herrn Edati. Und hast du dich um den Schweizer Garde gekümmert? Die darf auch nichts von unserer Aktion erfahren. Ja, eure Heiligkeit. Die hab ich in die UBS-Zentrale in Zürich geschickt. Um mein Geheimkonto vor Steuerfahndern zu verteidigen. Hier. Hammer! Hammer! Wollen Sie wirklich die ganzen Thesen an das Tor vom Petersdom nageln? Das ist unglaublich kostbares, schönes Holz. Daraus hab ich mir in Limburg einen Fahrradschutten bauen lassen. Können Sie den Kram nicht einfach irgendwo twittern? Hör auf zu jammern, Franz Peter. Niemand darf erfahren, dass ich so denke. Wir müssen die Kirche von außen reformieren. Und jetzt gib mir die Nägel. Ist das etwa Gold? Ja, das sind echte Goldrepliken vom Kreuz Jesu. Für eure Heiligkeit nur das Beste. Demut und Bescheidenheit, Franz Peter. Wie viele Arme wir davon hätten speisen können. Wer isst schon goldene Nägel? Franz Peter! Ja, und Sparsamkeit. Stimmt. So. Und jetzt die Thesen, die die Erdscheibe verändern werden. Römisch 1. Keine Prada-Schuhe mehr in Gotteshäusern. Aber Gucci geht noch, oder? Zweitens. Die Pille danach wird auch in Kölner Krankenhäusern ausgegeben. Aber nicht für homosexuelle Paare. Ja, okay. Drittens. Im Bistum Limburg nur noch Ikea-Plastikbecher. Wirklich? Und woraus soll ich dann trinken? Klappe. Viertens. Die Vatikan-Bank muss ihre Bilanzen ehrlich veröffentlichen. Vatikan-Bank ehrlich und veröffentlichen? Das ist mutig. Herr Fruzzi-Türken, was ist denn hier los? Kollege Benedikt, das sind keine Thesen. Und wenn es welche sind, dann sind es keine 95. Und das mit den Prada schon, das können wir auch wieder ändern, Herr Benedikt. Meinetwegen können Sie hier die Republik ausrufen. Aber tagsüber. Es ist fünf nach zwölf. Ich will hier in Ruhe ratzen. Erzeihung. Ich stehe hier und kann nicht anders. Stehen Sie. Aber stehen Sie mit Gott. Aber leise. Der Dom ist sehr hellhörig. Und mir wird das nicht passiert. 95. Nie wieder ein europäischer Papst. Oh, wir müssen weg. Die letzte U-Bahn kommt gleich. Und was habe ich damit zu tun? Naja, wie willst du nach Hause kommen? Ich lasse mir ein Taxi rufen. Applaus